Und wer ist? Es folgt danach Lupatus. Nein, nein, dann ruft mir zu, wer ihr seid, das Zettel in das Beispiel. Communitas Peregrini. Nun aber Lupatus. Ich erkenne es auf dem Schild. Velikus. Zieht ein und Marek, der Trost der freien Söldner. Die Drachenbruch da selbst. Freia Fresenia hält ein Zug. Die Auerke Drachen. Hier erlebt ihr ostfriesische Geschichte pur. Aus der Zeit von großen Häuptlingen und mächtigen Kriegern. Die Bliebenbauer, die bräuchten nur zur Zeit sein, denn ihre Kampfmaschinen sind riesig. Rahel Katarina hält ein Zug. Reislager Lefbruch, die freien Krisen und die Landslotten mit einem Jagdpunkt dabei. Die Wagenfälle, die Wagenfälle, die Wagenfälle da selbst. Und Plenus Wendt, aber es meint volle Bäuche. Ries Magna hält ein Zug. Lattesdiktion, der Stadet. Hier schwimmt ein weißes Fähnlein. Und Erlagergruppe Bundtug. Um vier Uhr für euch ein Landsknechts-Theaterschrift wird aufgeführt. Und die Stedinger Bauern. Okay.